Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten uns gerne vorstellen, meine Frau Elgerreiter-Gündel, mein Name ist Wolfgang Gündel, wir beide kommen aus Thüringen, der Kreisstadt Kreiz. Wir beide haben uns viele Jahre mit der sensor- und neuromotorischen Entwicklung von Kindern beschäftigt und sind auch heilpädagogisch tätig. In einem Modul eines sogenannten Aufbaukurses werden wir Ihnen gerne sensor- und neuromotorische Übungsverfahren zeigen, die für die Entwicklung für Kinder, die möglicherweise hier Entwicklungszeugen Ihnen zeigen, diese demonstrieren und mit Ihnen gemeinsam arbeiten.